Das Thema dieses Films ist die Immunschwäche und der Immundefekt. Krank sein ist für jeden Menschen unangenehm. Manche sind jedoch weitaus anfälliger für Erkrankungen als andere. Der Grund ist häufig eine Immunschwäche oder aber ein Immundefekt. Unsere Abwehrkräfte kämpfen täglich gegen viele verschiedene Krankheitserreger. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Musik